Brüder, bei Gamescom zu knutschen, darum ist er gesund geblieben. Boah, da könnte ich jetzt eine Story erzählen, aber das lasse ich lieber. So, ähm, wir haben auf jeden Fall Wasser hier. Was brauchen wir denn? Wir sind echt gut aufgestellt. Vielen Dank fürs Looten, sehe ich gerade unten rechts. Dankeschön, wer war es denn? Okay, dauert noch ein bisschen. So, Feuer. Feuer brennt auch noch. Dann werden wir es mal jagen. Oh nein, die! Was wird so? Einmal nicht getroffen. Der trifft nicht. Brauch aus, Dauer. PvP-Profi. Hallo Chaos. Grüße. Ein Gentleman genießt und schweigt. Genau das. Was auf der Gamescom passiert, bleibt auf der Gamescom. Nee, ich war tatsächlich nicht mal da, also. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, sie wiederzutreffen. Ich habe dafür neue andere Leute kennengelernt. War mir wichtiger. Oh, kein Platz mehr. Hier ist mega dunkel. Nimm mal eine Fackel. Komm, wir bauen jetzt mal eine Fackel. Guck mal, Stammes, Feuer, Dingsbums. Das ist schon mal geil. Das ist neu. Ich will meine Fackel machen. Stock und Seil. Guck mal, jetzt können wir nämlich auch einen Steinring machen. Große Steine. Großer Stein. Zehnmal großer Stein. Aber die Hängematte wäre noch ganz geil gewesen. Schade, die können wir nicht machen. So, wir müssen mal gucken. Der Typ hat uns verletzt. Aber erstmal baue ich mir jetzt eine schnelle Fackel. Was, wo sind meine ganzen Pfeile hin? Ich habe noch zwei Pfeile, will er mich verarschen. Na gut, der Jaguar hat ein paar gekostet. Musste eine Bola nehmen. Warte mal, was wollte ich jetzt? Ich wollte mir jetzt eine... ...ein Seil. Und Stock. Dann haben wir eine Fackel. Schwache Fackel. Okay. Hast du mir Bogen kaputt? Sag mal. Guck mal, der hat aber gar keinen... ...gar keinen Bogen in der Hand. Ne, mein Bogen ist nicht kaputt, aber irgendwie... ...Menschenfleisch will ich nicht. Hey. Stein. Schwache Fackel. Nimmt er nicht. Weil wie kann ich die denn wegschmeißen? So, irgendwo müssen hier noch meine Pfeile rumliegen. Stocklinge. So. Geht nur mit Fasern und einem langen Stock eine Angel. Mit Fasern und einem langen Stock eine Angel. Wieso? Wir sollen aus Fasern und einem... Das verstehe ich nicht. So, wartet mal. Ich muss mich hier erstmal kurz safe... ...erstmal kurz reparieren hier. Den Typen. Schau mich wieder am Bein. Da. Oh, der ist aber tief, ey. Beide Seiten. Okay. Rucksack. So, wisst ihr was blöd ist? Ich hab nur noch... Ich hab keinen Verband mehr. Boah, ich hab Fieber. Scheiß, ich hab Fieber, Leute. Hä? Ich kann das nicht verbinden. Fuck. Herstellen. Vielleicht können wir auch Verband und... Ne. Tabak wahrscheinlich echt nicht. Was? Tabak Verband? Ich hab einen Tabak Verband. Wie auch immer. Was auch immer. Das ist... Hä? Moment. Das geht auch nicht. Scheiße. Das heißt, ich brauch da irgendwas? Desinfizieren, das. Ich kann euch nicht sagen, was. Da fällt ihm... Da fällt das Bein ab. Ich sag's euch. Ne. Ich sag mal, nimmt er den nicht ab? Das ist natürlich jetzt schlecht, ey. Nähen. Ja, ich hab nichts zum Nähen. Ich hab zwar hier eine... Naja, das muss ja... Du musst das ja erstmal quasi desinfizieren. Irgendwas gegen das... Gegen hier. Da ist ja Eiter drin wahrscheinlich. Und hier mit einer Fischgräte. Herstellen. Fischgräte. 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 Und Seil. Funktioniert nicht. Fischgräte. Ach, Fischgräte nimmt er da gar nicht. Fasern vielleicht. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann weiß ich's auch nicht. Der hat jetzt hier so ein übelstes... Ding da dran. Das Bein muss ab. Ja, ich glaube auch, ey. Scheiße, ich sterbe. Ich sterbe. Schade, der stirbt. Ah, warte mal. Ja, Mann. Die Maden, die essen das doch weg. Kennt ihr das? Ah, jetzt ist es zu spät. Jetzt stirbt er. Aber kennt ihr das? Die Maden fressen noch die Bakterien. Hätte man wahrscheinlich auch eine Larve draufsetzen können. Aber guck mal, der könnte das überleben, das Fieber. Und dann wahrscheinlich einen normalen Verband da drauf. Über die Maden. Aber kennt ihr das? Das funkt so nuckelt halt wirklich. Jetzt wüsst du, wo hier diese Kackpflanze war. Hier. Das ist so ii. Ja, aber es funktioniert. So, wenn ich mich jetzt nochmal angucke. So, da hat er jetzt Maden. Ne, guck mal, du musst gar nichts machen. Du musst nur die Maden da dran rumpuppen. Rumfressen lassen. Die fressen schlechtes Gewebe weg. Genau so. Baut ihr schon mal einen Rollstuhl? Stell dir mal vor, mit so einem Rollstuhl, soll ich den Dschungel, mit so einem Offroad, Offroad Rollstuhl. War nice, das hat funktioniert. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, äh, zu trinken. Warum hab ich eigentlich schon wieder keinen Platz? Farma, vielen, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen, Dude. So, wir müssen auf jeden Fall die Schalen wegkriegen. Tabak kann man bestimmt auch irgendwie rauchen oder so. Können wir den auch sammeln, dann kriegst du bestimmt richtig Tabak. Oh, der Typ sollte mal schlafen. Guck mal, jetzt ist das einfach weg. Warte, dann macht er Fasern draus, ist das dumm. Aber jetzt sind kann ich die Dinger... Hä? Ich hab doch Platz im Rucksack. Wollen die mich jetzt komplett verarschen? Okay, wir sollten auf jeden Fall auch mal schlafen. Was hat er denn schon wieder hier? Kann man keine Kisten... Nee, irgendwie, man braucht halt, wenn, dann brauchst du das Rezept dafür, um irgendwie Kisten bauen zu können. Mann, wie viel komische Würmer sind denn in ihm? Ich glaube, ich sollte echt dieses Bett mal bauen. Oh, ich baue jetzt einfach mal einen Tabakverband. Keine Ahnung, ob was das für einen Unterschied macht. Was hat der bitte noch? What? Achso, jetzt ist das... Okay, jetzt ist das quasi... ausgefressen. Jetzt ist das von den Maden ausgefressen. Nikotinpflaster 2.0. Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich sowas ist. So, und jetzt... Zack. Sehr gut. Wir haben es überlebt, Leute. Wir haben es überlebt. Jetzt müssen wir nur noch die Energie irgendwie ein bisschen hochkriegen. Das wäre nicht ganz so scheiße. Weil der nagt hier am, äh, Hungertuch. Nennt man das so? Ja, das nennt man das so. Was hat der denn jetzt schon wieder? Leute, der hat andauernd irgendeinen Quark. Ist doch gar nichts mehr frei. Mann. Hallo. So. Trinken müssen wir erstmal hochkriegen. Trinken. Trinken. So, das haben wir schon mal oben. Er sollte sich wahrscheinlich echt nochmal hinlegen. Aber eigentlich würde ich das erst nachts machen. Ja, Tabak müsste man echt trocknen eigentlich. Da hast du gar nicht so Unrecht. Warum kann ich das jetzt hier eigentlich nicht nehmen? Was habe ich eigentlich noch für Waffen dabei jetzt? Guck mal, mein Bogen ist irgendwie weg. Herstellen. Vielleicht kann man ja auch... Mein Bogen ist jetzt unsichtbar. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Verstehe ich nicht. Da? Das ist unsichtbar. Irgendwie muss jetzt mal die Energie wieder hochgehen. Ich glaube, wenn der letzte Verband weg ist. Da steht nicht was. Vor der Jammerlappen. Spring von der Klippe, Chris. Das ist ja nicht... Nein. So, jetzt hauen wir mal die anderen hier noch weg. Die brauche ich nämlich auch nicht. Voll viele... Hallo, Niki. Voll viele Wasserschalen, die jetzt hier rumliegen. Aber egal, brauche ich. So, jetzt guck mal, jetzt geht die Energie wieder hoch. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Das ist alles voll. Guck mal, ob wir noch irgendwelche Pflanzen entdecken. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Sechs. Drei brauche ich für einen so... Für einen so einen Spasti. Zieh ja das mal rein. Oh, 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 oh. Ah! Daneben, dude. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ihn sammeln. Der hat mich aber wieder erwischt, die Sau. Okay, Federn habe ich schon mal aufgehoben. Guck mal, ein Pfeil fehlt. Menschenfleisch will ich eh nicht. Und die Stockdings auch nicht. Aber den Pfeil hätte ich gerne noch. Aber... Der ist weg. So, Federn haben wir wieder. Das heißt, gleich mal hier... Zack, zack. Guck mal, das ist mein Bogen. Unsichtbar ist es auch ein bisschen komisch. Voll Tarnung. Mein Bogen ist voll die Tarnung. So, zack, zack. So, Leute, wer es noch nicht getan hat, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal... Ist ja jetzt woanders, da oben ein Follow da lasst. So, äh... Federn, okay, Federn sind alle weg. So viel Knochen brauche ich nie im Leben. Wir können die aber noch kaputt machen. Dann haben wir hier so eine... Knochen-Nadel brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Sieben Stücken, oh? Sieben Stücken, oh? Nein, mein Jaguar-Fleisch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Verdammt. Was sagt denn hier sein... Zählt das eigentlich auch für Frucht? Die halben Kokosnussschalen. Ja. Macht auch Kohlenhydrate hoch. Jetzt mal weg, geht noch kein Mensch mehr. Beziehungsweise, wartet mal. Kann man die auch? Ne. Rüstung wäre immer noch ganz geil, wenn ich wüsste, wie man Rüstung macht. Einen Alligator habe ich auch noch nicht gefunden. Ach stimmt, der Typ hat mich ja getroffen. Au. Hallo Kloni, grüß du. Das ist scheiß Papagei, ne? Adi, Alligator. Guck mal, sieht das nicht schön aus? Geil. Müssen wir da aufpassen. Jetzt wird's nämlich dunkel. Als ich rechtzeitig zurück bin. In der Hood. Hier ist das Dorf. Würde mich halt mal interessieren, ob er nicht da bauen würde, an dem Dorf. Das ist gar nicht hinterher, hinter das Vieh. So kann man hier eigentlich... Blümchen gehen nicht kaputt. Hätte ich ja fast gedacht. So, aber bis jetzt habe ich immer wieder meine Base gefunden. Ich bin über mich selbst erstaunt. Guck mal, dieses scheiß Palmblatt hier, das geht mir richtig auf den Piss. Das kann man nämlich nicht aufheben. Bisschen buggy gerade. Das hat mir aber die ganzen Schalen hier verschoben. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier zum Beispiel jetzt bei Feuer sogar ein Steinring drum. Das würde mich mal interessieren, was der bewirkt. Steinring, zack. Steinring. Warum kann ich den denn nicht rumsetzen? Verstehe ich nicht. Muss ich den erst setzen? Vor allem große Steine. Find mal zehn große Steine. Das ist voll viel. Ja, jeden Fall. Dinger hauen wir noch nicht ab. Bist doch mal verwesen und dies bohren. Stein. Ich brauche aber große Steine. Was hat er denn nun schon wieder? Da ist ein großer. Ja, da ist eigentlich total dumm. Wollt er das eigentlich da drunter haben? Da haben wir schon zwei große Steine. Warum geht's da nicht? Das raffe ich nicht. Egal. Machen wir erst mal an. Probieren wir mal das neue Ding da aus. Das hier. Ne, wo ist das? Haltfeuer. Ah, okay. 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 Fleisch, schau mal da irgendwas dabei. Ne, aber Früchte können wir mal vernichten. Okay. Alright. Okay. Ich bin jetzt mal alles drin. Ist das hier. Bisschen weg machen da. Bisschen Platz im Inventar. Oh, die ist schlecht. Und ich hab die getrunken. Hoppala. So. Bisschen Platz hier drin. Sieben Pfeile. Okay. Aber hey, wir haben genug Wasser auf jeden Fall. So. Komische Lagerfeuerasche. Kann bestimmt auch wieder in Farbe mitmachen. War das nicht so? Konnte man nicht aus Lagerfeueraschen Farbe machen? Irgendwas war doch da. Bitter Holzblüten weiß ich halt auch nicht, was die können. Findet man das irgendwo hier? Ein bisschen wertisch. Handwerk. Haben wir 25. Äh, 23 von 100. Erhöht Gegenstandshaltbarkeit. Zusätzliche Rezepte. Ah. Das heißt, ich muss einfach die ganze Zeit irgendwas craften. Feuer machen. 6 von 100. Reduziert Staminarverbrauch. Reduziert, äh, die Abnutzung von Geräten. Also von Dingsbums. Vollkürze Kochzeit. Erhöhte Brenndauer. Kochen haben wir 8. Ah, man muss auch noch hochleveln. Seht euch das mal rein. Bogenschießen. 14 von 100. Werfen. Werfen ist natürlich Tiere ausnehmen. Sperrfischen. Schnellere Zielerfassung. Erhöhte Angriffstempo. Okay. So, hier pflanzen wollte ich mal gucken. Unbekannter Pilz. Kohlenhydratquelle. Guck mal, den Pilz kann man auch quasi auf... Das ist dieser Grüne. Den Grün, den können wir auch mal kochen. Warte mal. Das ist der, der im Dunkeln leuchtet. So, auch mal kochen. Warum wirst du halbe Gucken, wirst du so weg. VBHs draus und verkaufst sie. Typ. Stell euch mal vor. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Mal gucken, was er hat. Wieder irgendwo ein Blutegel, ja. Was sagt denn dieses Tacho her? Damit wir auch mal schlafen. Oh, shit. Ich muss auch mal dieses Bett bauen. Ich glaube, dann schläft der besser. Der verliert nicht so viel Energie. Zack, aufwarnung. Da ist noch ein Pfeil. Guck mal. Jetzt ist der Pfeil weg. Auf die Hütte. So. Okay, Feuer ist runtergebrannt. Das wollte ich ja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir erst den Ring setzen müssen. Zack, 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 Kohle, ey. Keine Ahnung, was ich mit der Kohle soll. So, jetzt, zack. Feuer, Ring. Ring. Ring, ring. Schwerer Stein, zack. War da noch irgendwo einer, oder? Da, großer. Zack. Das ist wieder ein toter Papagei. Ja gut, da haben wir wieder was zu essen. Sammeln. Und Federn vor allem. Larven. Ich brauche Steine. Kann man hier mal dieses Blatt da wegpacken? Das geht ihm ja richtig auf den Sack. Aber hier sind da auch da große Steine. Sehr gut. Und da ist noch ein blaues Blümchen. Wo man wieder nicht weiß, was das macht. Stein, Stein, Stein. Sollte vielleicht einfach mal das Spiel neu starten. Ist ja auch krass, dass du für jeden Stein einzeln laufen musst. Aber ist halt realistisch, wa? Ist halt realistisch. Irgendwo muss man, irgendwie muss man doch auch eine Spitzhacke machen können. Spitzhacke geht 100 pro auch, irgendwie. Wie viele denn noch? Fünf noch. Was? Voll viele. Das waren doch nur zehn insgesamt. Ich hab da jetzt mindestens schon über fünf. Geistige Gesundheit schon wieder minus zwei. Was wäre ein toller Artikel für den Shop? Ein Kokosnuss BH oder was? Mit so wünschte ich Kokosnuss BHs. Ich glaube, wir haben hier aber eine relativ gute Position erwischt zum Bauen. Muss ich schon sagen. Weil wir haben echt fast alle Ressourcen hier. Oder haben sogar alle Ressourcen hier. Ich weiß es nicht. Obsidian? Ja doch, Obsidian hatten wir auch. Und die blauen Sachen kann man gar nicht nehmen. Oh ne, geh mir nicht auf den Sack. Palmblätter geh mir richtig auf den Sack. Unbekannte Kräuter. Ja, guckt mal. Die wollte ich nämlich auch mal ausprobieren. Brennt den Wald nieder. Dann sind die... Was? Die Eke auch weg. Ach, hör auf. Dann hab ich aber auch nichts mehr zu tun. Dann hab ich keine Ressourcen mehr. Dann hab ich keine Ressourcen mehr. Ich will ja irgendwie eine Kiste bauen. Aber irgendwie geht das nicht. Also ich weiß nicht wie. Wenn man eine Idee hat. Digga, der hat andauernd was. Hä? Dann hab ich keine Ressourcen mehr. 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 Ah, ich will die wieder da haben. Die nehmen mir nämlich sonst so viel Platz weg, die scheiß Pfeile. Jetzt hat er einen weggeschmissen. Warten, Mongo. Da. So. Der jetzt hat echt hier einen weggeschmissen? Hm, keine Ahnung. So, was wollte ich jetzt machen, Leute? Ich brauch Steine. Was war das? Ich schreck mich doch nicht so. Das sind, glaub ich, die Kräuter, wa? Ah, unbekannte Kräuter. Große Steine. Ich brauch große Steine. Ich brauch große Steine. Zwei Stück noch. Da ist noch einer. Einer muss doch hier noch irgendwo liegen, oder? So ein kleiner. Ich brauch auch noch Federn. Von dem Typen, den ich getötet hab, glaub ich. Hallo, Bakko. Weiß nicht, aber vorhin hat jemand geschrieben, um die 30 Euro. Aber genau sagen kann ich dir das nicht. Jetzt ist auch wieder so ein Blümchen. So, ein Stein fehlt noch, Leute. Ein großer Stein noch, Büdel. Da. Bebebebebebebebebe. Okay. Und. So. Steinring hergestellt. So, und jetzt muss ich doch da, kann ich da da bestimmt ein Feuer reinsetzen, oder? Ja. Und was macht dieser Steinring eigentlich? Hier vielleicht irgendwie so. Nee. Das geht nicht. Das auch nicht. Okay. Unbekannte Kräuter. Ist das so ein realistischer Überlebens... Alter, das ist... Also ich finde, das ist eins der realistischsten... Matsch. Vielen Dank.